Hallo, wir sind ja kurz vor dem Spanischen Grand Prix und jetzt haben wir Freitag, morgen ist der Wettkampf und ich mache jetzt hier noch ein bisschen ganz Körpertraining bis auf die Beine und umhalt jetzt. Ich habe jetzt halt durch Kohlenhydrate gegessen, um halt den Muskel voll zu machen und da ist jetzt halt Training ganz gut, besser als nicht trainieren und auch vom Gefühl her halten. Das ist mein Lieblingsjubon, sitzen und gucken. Ja, ich muss halt sagen, es ist halt trotzdem ganz schön anstrengend. Also wenn man da viel Gewicht oder so, da geht halt gar nichts mehr. Da fehlt halt keine Schmierung mehr und keine, wie sagt man, kein Dampf auf dem Kessel. Ja, ich kenne den Film Talal, doch, ja. Das war's für heute. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018